Mal schauen wo der Hase läuft hier Da ist kein Priester, schade So, jetzt schwächen wir die erstmal ein bisschen Und die dürften ja auch schon schwächen eigentlich Sehr gut, kommt zurück Es ist nur noch ein Speerträger, ne Drei Speerträger und ein Schwertkämpfer, ok Kommt schon, den kriegen wir hier platt Wir müssen die alle platt kriegen hier Da kommt noch ein Schwertkämpfer, verdammt Ne, ein Speerträger, ok, aber trotzdem Kommt schon, hält's durch, ey, komm Ah, verdammt Ok, schaffe ich nicht Dann muss ich beenden Hilft nicht Zurück Spielstand laden Gut, dass wir das gespeichert haben Sonst wären wir jetzt am Arsch Dann werde ich die Gelegenheit beim nächsten Mal Ergreifen Wenn wir mit dem Priester hier ein bisschen voll sind So, der Bäcker Sehr gut, der ist jetzt auch fertig dann Der kann dann auch sein Wasser bekommen Ich habe ja zwei Wasserwerke, ne Ja, ja Ok Achja Die sind auch dann schon fertig So gut wie Sehr gut Dann können wir ja unsere Soldaten schon mal heilen Läuft der schon mal So, da brauchen wir Getreide Bei jeder Schweinezucht Mir ist schön, wenn nicht schnell gehen würde So, wie sieht's denn aus hier Das Wohnhaus wird jetzt auch gebaut, ok Boah, das geht schon, das ist richtig geil Dass ich so viel Mana produziert habe, dass das jetzt schon so geht Äh, wo ist denn Mein Priester Wollte schon sagen, wo ist er denn Ging ja schnell hier hoch zu pushen Nicht schlecht So, ihr könnt euch mal heilen jetzt langsam, ne So, erstmal eine Truppe Gut Gut Der fängt anscheinend keine Fische mehr, kann das sein Wer ist denn wenn du mal da ansitzt So, jetzt dürfte eigentlich Fürs Bauen nichts mehr an Holz verbraucht werden, soweit Außer für das hier noch Und für das hier noch, ok Aber sonst müsste eigentlich soweit alles fertig sein, ne Müsste alles sein, ja Sieht gut aus So, du musst dich heilen Helfen wir mal ein bisschen nach mit der Geschwindigkeit hier beim Heilen Und da kommen schon die nächsten wieder und wollen angreifen, alles klar So, klopft man in die Pforte Ah, verdammt Ah, verdammt Wenn man jetzt schnell machen will So, kommt mal ein bisschen runter Er kommt da jetzt mal ein bisschen runter hier, ne Das ist da Mit wie vielen Bogenschutzen kommen die oben an So Jetzt haut sie mal alle weg hier Komm Die Gelben haben jetzt auch angeschissen Ist natürlich schon ein bisschen schlecht Jetzt wollen die Blauen mich in die Enge treiben erstmal Was die aber nicht schaffen werden Und die Gelben haben auch schon ein bisschen was verloren, sehr gut Kommt schon Die paar Bogenschützen, die kriegt ja auch noch Platz Ja wunderbar, super So will ich jetzt sehen Kommt runter hier Erstmal weg von den Gelben hier Aus dem Land Ah Na gut, wenigstens verlieren sie ein paar Soldaten Gelben So, kommt mal weg da Jetzt könnt ihr nochmal Jetzt könnt ihr nochmal Bleibt weg da Jetzt noch mal einen Bogenschützer Wenn der sich traut hier runter zu kommen Dann ist er eh weg So, und jetzt brauchen wir langsam aber mal Kohle Wäre zumindest sehr vorteilhaft Wo ist der Priester da Auch das gibt's doch nicht Kommt noch mehr Bogenschützen jetzt angeschissen hier oder was So, das hackt hier langsam Na gut, machen wir Barbaren bekehren Noch ein bisschen Gold und Eisen Bauen wir noch ein paar Lager Wunderbar Wunderbar So, dann geht jetzt mal hier her Heilt euch erstmal alle Kann ja nicht sein So, das hier werden wir mal alles auslagern Das bleibt alle draußen Und die sollen sich erstmal heilen Nein, das gibt's ja gar nicht Dass die sich so fertig machen lassen hier Und das sind richtig schwache eigentlich Also die gelben jetzt nicht unbedingt Die haben Haben wir ja gesehen gehabt Haben ein bisschen Gold da Aber die haben auch so viel Eisen da bei sich Das will ich gerne haben Und Kohle vor allen Dingen auch Das will ich mir doch alle drohen hier, Mensch So, ich hoffe die heilen sich schnell Und ich hoffe auch wir kriegen schnell Soldaten ran Läuft ja erstmal ganz gut Gut, das Lazarett ist auch gleich fertig Sehr gut Kampfkraft ist 53 Na ja Könnte auf jeden Fall mehr sein Ja, wenn du krank bist und rumhusten musst Dann geh hier zum Lazarett Kannst dir heilen Der hat bestimmt noch ein paar Drogen für dich, mein Freund So, das erste Lager kann gebaut werden Sehr gut Das Wohnhaus ist fertig Wunderbar Jetzt brauchen wir noch den Arzt Der ist auch schon unterwegs Sehr sehr gut Und Okay, der macht weiter mit den Hammerlines Dann sollte er jetzt langsam aufhören Ich würde jetzt sagen Dann macht er noch einmal an die Schaufeln nicht Ich meine wir haben ja genug Leute jetzt Wenn einer sich jetzt noch an den Hammer krallt, dann ist es so Aber ansonsten brauchen wir keinen Oder wir brauchen schnell noch eine Waffenschmiede Passt ja da noch hin Holz kriegen wir sowieso hier noch So, hier sind schonmal alle so gut wie geheilt Wir können schonmal darüber Was sieht jetzt hier aus Die drei sind auch fit Der hier muss noch Der hier muss noch Der hier muss noch Sehr gut Dann muss der hier auf jeden Fall noch Die beiden hier unten Und Ja, der Rest ist jetzt Aufgeheilt Sehr gut Alle durch Unsere Verteidigung ist wieder Start klar Da ist unser Priester Hier ist auch noch einer Ich muss auf jeden Fall von zwei Seiten am besten kommen Einmal von der und einmal von der anderen Damit die mich nicht überraschen können Die gelben und die blauen Du bist doch schon geheilt, Freundchen Du bist doch schon grün Ach du bist nicht grün Du bist nicht grün, mein Freund Du musst dich nochmal heilen So geht das ja nun nicht So, also Sägewerke müssten wir ja genug haben Und Holz müsste ja eigentlich auch genug rankommen Jetzt Ansonsten reiße ich hier wirklich noch Alles ab von den gelben Und mache dann Da auch noch eine Holzwirtschaft hin Und vielleicht noch zwischendurch irgendwo hier Ein paar Weingüter Vielleicht sogar hier noch Wäre ja eigentlich machbar Und so Dann machen wir hier noch ein paar Spezielle Landeinnehmer Können sich dann das Land da krallen Hey du bist doch voll So, dann werde ich hier noch mit Soldaten hingehen Wo ist jetzt der Priester? Ist der wieder verzischt? Ich habe keinen Priester mehr, wo ist denn der? Der hat sich verbarrikadiert Na gut, dann ist er so So, die sind da Sehr gut, dann können wir hier Das Land noch schnell einnehmen Machen wir So, rücken wir ein bisschen rüber Dann sollte es besser Platz Besser Platz sein So, da schicken wir die hin Die bleiben jetzt auf jeden Fall erstmal hier stehen So, in der Richtung Weil die werden auf jeden Fall von der Seite aus kommen Okay Träger haben wir erstmal genug Sind knapp 200 Sollte auf jeden Fall machbar sein Wir müssen sehen, dass wir jetzt hier ein bisschen mehr Zuhande kommen So, du gehst mal da rüber Hier sind noch Soldaten Die sind ja gerade am Wandern Tschüss Jungs Ganfe Sokir Mas ZY 站